Bitte liken und kommentieren. Es sei allen Stenno-Freunden herzlich angeraten, diesem Video das verdiente Like und vielleicht noch einen Kommentar zu geben. Damit dieses neue Pflänzchen der Online-Stenographie wachsen und gedeihen kann. Der Poster hat bereits seiner eigenen Empfehlung entsprochen und dieses Video geliked und kommentiert. Im Übrigen empfiehlt Google jedem Video-Autor sein eigenes Video zu liken. Auf diese Weise, das ist viel zu umständlich, da sagen wir lieber, so stehen die Videos von Pionieren, wie im Falle von Online-Videostenographie, nicht so einsam verloren im Raum.